Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unseren Finanzen heute am 24. August 2017? Ein Wechsel, eine kleine Veränderung ist notwendig. Vielleicht unsere Einstellung sollen wir ändern bezüglich Besitz oder Werte oder Finanzen oder zu Geld. Heute brauchen wir Luft, Leichtigkeit und eine spielerische Art und Weise. Wir haben auch Glück gerade in Finanzen und es kann auch ein Gewinn sein. Wo man Geld machen kann, das ist die Schönheit wie Kosmetik oder Mode, bringt Geld auch das Blumen oder Kunst. Alles was mit Pflege, mit Schönheit, mit Ästhetik, mit Kunst zu tun hat, das bringt Gewinn im heutigen Tag. Wenn jemand wissen möchte, welche Tage sind günstig Gewinn zu machen oder woher kommt das Geld, sind da Hindernisse. Wie bewältigt man diese Hindernisse? Dabei kann ich helfen. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.